Willkommen im Ankasa Hotel Kuala Lumpur. Mit einer Mischung aus modernen und klassischen Elementen und unter Einhaltung exklusive Designprinzipien bitten wir mitten im historischen Stadtzentrum 294 gut ausgestattete Zimmer mit Panoramablick auf das Stadtzentrum sowie auf berühmte Wahrzeichen wie Menaro Merdeca 118, die Petronas Twin Towers und den Kuala Lumpur Tauern. Das Saffron Brasilia & Bites Café ist ein innovatives All-Day Dining Restaurant mit einem stillvollen und modernen Ambiente. Es serviert täglich ein Frühstücksbuffet und bietet eine Auswahl an lokalen, asiatischen und internationalen Gerichten. Die flexiblen Tagungs- und Sitzungsräume im Ankasa Hotel Kuala Lumpur eignen sich für geschäftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen, ob Seminare, Tagungen, Konferenzen, Hochzeiten, private Abendessen und mehr. Der Siumin-Pool-Bereich, der einen wunderschönen Blick auf die Metropole Kuala Lumpur im Hintergrund bietet, ist definitiv ein Anziehungspunkt für unsere Besucher. Für die Begrümmlichkeit der heutigen Gäste steht auch ein Shuttle-Band-Service zur Verfügung, mit dem Sie den Flughafen von Kuala Lumpur erkunden können. Die näher gelegenen LAT-Stationen der öffentlichen Verkehrsmittel machen es einfach, den Rest der Stadt zu erkunden, zum Beispiel die Einkaufszentren Bukit Bintang und KLCC, Bukit Bintang City Center, sowie Unterhaltungszentren von Weltklasse. Die Verbesserungen in der Petaling Street haben die Identität des Viertels als spannende und sichere Touristenattraktion verändert. Das Hotel legt nur wenige Minuten von Touristenattraktionen wie dem lebhaften und farbenfrohen Chinatown mit seiner Mischung aus historischen Ambiente und angesagten Cafés entfernt und grenzt auch an den preisgekrönten Central Market, ein Zentrum für Kunsthandwerk und Saviniers.